Ich weiß, wo wir langfahren, Perry. Weißt du noch die Stadt, wo ich gesagt habe, da gibt es immer Action. Da fahren wir jetzt hin. Da müssen wir wissen, dass... Oh, guck mal, da stehen Helikopter mitten in der Luft. Drei Stück. Die haben aber die Base auch ausgebaut. Wow, wir werden beschossen. Da ist einer drauf. Echt, von rechts kommen die Schüsse. Da ist einer... Ich hätte gerade No Message received, wir sind durch die Base gefahren. Da ist einer auf der Base. Okay. Du fährst gerade voll auf dem Zoo. Ja, links von uns ist auch einer. Wo denn? Auf dem Metallding. Auf dem Metallding. Ach so, okay. Ja, kein Ding. Dann fahren wir hier hin. Das Auto ist echt geil. Das war voll schnell, hätte ich gar nicht gedacht. Also, wir fahren jetzt hier hin. Yo, ich wurde getroffen. Aua, ich bin tot. Ehrlich? Ja. Ich blute, Perry. Ich werde mich verbinden. Du weißt ja, wo der war, wa? Ja. Also zumindest der, der auf dem Ding war. Alter, ich verstehe diese FPS-Drops nicht. Verstehe ich einfach nicht. Best Zombies, ey. Wo ist denn die Base? Ach, da ist die Base. Jetzt habe ich durchgehend die FPS... Was ist denn das? Hallo. Da ist nebenbei so eine dreckige Camper Base. Der ist aber nicht mehr oben drauf. Hm. Vielleicht dachte ich, ich bin alleine. Nein, 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 nein. Der... Wir sind ja an dem vorbeigefunden. Der hat das gesehen, dass da mindestens zwei Leute drin saßen. Ich verstehe nicht, wie man so eine Camper Base baut. Doch, der ist noch drauf. Der ist noch drauf. Droppen. Okay. Jetzt... Jetzt kommen wieder die FPS-Drops. Gerade, wo ich den hätte abschießen können. Ich weiß auf jeden Fall, wo der drauf ist. Aber... Ich kann da gerade nicht viel machen. Schießt du die Zombies ab? Kannst du dich verbinden? Ich habe keine Bandage mehr. Ich kann mir eine Bandage suchen. Ich habe eine im Leiche. Falls sie nicht zu offen liegt. Wieder ist er wieder. Aber es... Immer wenn der kommt, habe ich FPS-Drops. Ist das dein Ernst? Da oben ist er. Links oben. Sieht man jetzt nicht? Sehen wir gleich. Hast du geschossen? Ja, ich schieße die Zombies ab. Okay. Ich habe eine Granate. Ich habe den versucht, mal durch die Wand zu töten. Hat aber nicht so geklappt. Ich habe eine Granate. Soll ich mal versuchen? Da warte ich aber noch, bis die FPS-Drops aufhören. Oh, leider. Oh, der hat vorne die Garage aufgemacht. Ich werfe. Jo. Ich habe nicht den getroffen. Jetzt hat er die zugemacht. Er ist tot. Er ist tot. Ist die offen? Oh, ich glaube, der hat auch eine Granate geworfen. Geh mal gucken. Kann sein, dass da noch einer ist. Warte noch. Da liegt auf jeden Fall eine Leiche vor. Ja, ja, den habe ich getötet. Aber ich höre jetzt so ein Bling. Also, ich habe auf jeden Fall eine Granate oder sowas abbekommen. Nee, der hat mich mit Granate-Launcher wahrscheinlich abgeschossen. Hinter dir ist ein Zombie. Tor müsste auf sein, ehrlich gesagt. Ja, ist offen. Was ist da noch einer? Zombie habe ich getötet. Check ganz schnell die Base. Ich komme dann mit dem Fahrzeug einfach dahin gefahren. Der Hambi ist ja erobacht. Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. SUV, 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 SUV. Bist du weitergefahren? Der ist links gefahren. Okay, ich glaube, der ist weitergefahren. Wenn du dann Zeit hast, kannst du mich dann wieder einladen in der Gruppe. Na, jetzt habe ich erstmal keine Zeit. Bist ein Save? Jetzt ist, ja, hier ist nichts an der Base. Okay, wirklich nichts. Der Ding sollte weitergefahren sein. Hier hat jemand nachgeladen. Da kommt ein Zombie auf mich zugerannt. Könnte der ausgestiegen sein. Da ist wirklich nichts in der Base. Ich fahre mal trotzdem da hinten. Ich gucke mir das Ganze nochmal an. Da ist noch einer. Ich bin tot. Sag doch, da hat einer nachgeladen. In der Base, oder wie? Wie soll ich dich auf dich nachladen? Ich dachte, du wärst schon an der Base. Nee, nee, ich war nur im Auto. Sakhozzi, den hast du doch getötet gehabt. Wen? Sakhozzi, der jetzt Perrier erschossen hat. Den hast du doch getötet gehabt. Ja, den habe ich getötet, glaube ich. Ist das ein Cheater, oder was? Was macht der dann da wieder? Geht doch gar nicht. Leute, habe ich Sakhozzi getötet? Guck mal, ihn unter P. P? Geht das? Ich blute. Ja, unter P meine ich. Ob ich genau den getötet habe. Ja, klar. Hast du ihn getötet? Ich habe doch genau gesehen. Ja, guck mal, ob da noch ein zweiter Spieler auf dem Server ist, der so ähnlich heißt. Weil ich meine, ich habe den auch getötet. Nee. Nee, ist nur der eine. Und ich bin mir sicher, dass du ihn getötet hast. Ich guck's mal eben. Sarkhozzi was killed. Ja. Und der hat dich nochmal getötet. Der hat gerade Perrier erschossen mit der M249 Scope. War die Base eben komplett leer, Perrier, als du die geguckt hast? Ja, ja. War nur vorne offen, Safe war zu und der hatte auch so Doppeltor raus, ne? Okay. Ja, aber auf dem Dach war nichts mehr, oder? Ja, auf dem Dach. Keine Ahnung. Kann sein, dass er dich natürlich nur angeschossen hat, dass es trotzdem zwei Leute waren. Weil es gibt ja den einen Bug noch. Achso, ja. Wollen wir nicht zu schnell urteilen? Ich bin vor dir jetzt. Siehst du mich? Laufen? Ja, ja. Steig ein. Ich habe deine Waffe. Ich weiß noch nicht, ob ich die Munition dazu habe. Pass. Hauptsache ein, zwei Munitionen sind. Und was? Ah doch, ich habe die Munition hier. Das ist alles da. Harry, kannst du langsam wieder hinkommen? Ja, ich versuch's. Ich weiß, wo ich gespawnt bin. Ganz unten rechts auf der Insel. Ja, dann mach irgendwie. Versuch mal zu sterben. Du hast echt beschissen gespawnt. Ja. Ja, ja. Tee ich hier noch, glaube ich, bin Puster gespawnt. Pass auf, ich lasse dir gleich das Auto. Dann kannst du da hingehen. Ich werde von außen irgendwo mich hin positionieren. Hallo, hallo. An der Kirche liegt ungefähr deine Leiche. Die wirst du dann sehen. Kannst du auf jeden Fall die MSR Munition einpacken. Ich versuch dir von hier aus Deckung zu geben. Ja, bist du in Position? Du kannst losfahren. Ich bin vor dir. Ich meine, dass du dann weg liegst. Nicht, dass ich dann plötzlich weggeschossen bin oder so. Einer, einer ist unten, einer ist unten. Die beschießen sich da. Einen sehe ich, einen sehe ich, der ist vor der Base. Vor der Straßenbase. Ja, ja, genau, genau, den meine ich. Vor der Straßenbase. Der läuft da gerade. Wenn der looted, versuch ich den zu holen. Ich weiß nicht, sind das 400? 400 Meter, ja. 400 bis 500. Links von mir, der läuft auf dich zu. Der schießt auf mich. Ich habe zu hohe FPS links. Neben mir ist auch einer. Ich hätte von zwei Seiten beschossen, einer ist links von mir, einer ist rechts. Okay, ich sehe einen, ich sehe einen. Aber ich kann nicht schießen, ich kann nicht schießen. Ich bin getroffen, Auto kaputt. Jetzt habe ich keine FPS drops. Einen habe ich. Wo war der zweite? Lebt es? Du, ich bin fast tot. Noch einer? Einer liegt mitten auf dem Feld. Ja, ich bin tot. Oh mein Gott, das hat so geleckt. Ja, ja. Einer ist mitten im Gilly. Der liegt rechts. Ja, Gilly ist tot. Der liegt in diesem kleinen. Und einer war weiter links, mitten auf dem Feld. Den habe ich auch tot. Dann weiß ich nicht mehr wo. Ich habe zwei gehört, die geschossen haben. Und das Auto ist im Arsch. Die haben mir den Reifen geschossen. Ich verstehe nicht, diese scheiße fährt ich vielleicht gededos. Kann das sein? Das ist echt so. Keine Ahnung. Einer lebt. Irgendwann muss noch ein Bambi sein. Perry, umso schneller als du kommst, desto besser. Siehst du, wo das Auto ist? Ja, ich sehe das. Da müsste, glaube ich, noch irgendwo einer sitzen vielleicht. Naja, an der Scheune müsste noch einer sein. Oder an der Base. Ja, oder in dieser kleinen Hütte, wo ich gestorben bin. Wo das Auto daneben steht. Insgesamt waren das vier Leute. Drei haben wir erwischt von denen. Wir haben den Ghillie, wir haben den offen. Es war noch einer, der keinen Skin hatte. Ja, der Ghillie lag bei den Bäumen, neben dem Auto oder weiter hinten. Und einer lag unten auf dem Feld. Und mehr habe ich nicht gesehen. Irgendeiner hat hier ein Auto abgeschlossen. Oh Gott, da hinten. Vielleicht testet sie wie. Okay, das bin ich. Ich schieße. Ich schieße. Jojo. Ich bin unterwegs. Hi, Holy. Hast du gerade das Auto abgeschlossen? Ja, das weiß ich. Wie meinst du? Kannst du mal vorgehen, da läuft noch einer. Der hat eine Standardwaffe, glaube ich. Hat keinen Skin an. Sollte keinen Skin an haben. Irgendwo vor uns. Genau so. Irgendwo an der Kirche schätze ich den. Kirche oder an der Base? Ich denke, der ist irgendwo an der Kirche. Dass du den umgehst dann von der Seite. Ich versuche von hier aus Deckung zu gehen. Haben die MSR Munition 7 Schuss, nicht 10? Ich dachte mal, die haben 7. Äh, 10. Ne, 7. Ne, M107 hat 10. Oder SVD. So, die 2 gefährlichen habe ich getötet. Jetzt nur noch eigentliche, ungefährliche. Jetzt musst du einfach nur aufpassen, dass keiner mehr kommt. Ich, ich, wie gesagt, ich kann kaum ziehen. Ich hätte dich locker decken können. Ja, krass. Wenn diese scheiß FBS-Drops nicht wären. Acht einfach auf die Leichen, nicht, dass er dieser Bombe die Sachen nimmt. Ne, der hatte schon eine Waffe. Der hatte schon eine Waffe, das ist das Problem. Wenn du gleich Zeit hast, dann können wir mal in der Gruppe einladen. Ja, mich auch. Da wird geschossen. Paragel was cool. Ach, da schießt an die sowas mega heftiges. Okay, M2 oder sowieso. Kentucky einladen. Ja, beschädigt der Humphys. Ja, das ist richtig erbärmlich. Wenn die jetzt hier mit dem Humphys ankommen, dann kommen wir, dann müssen wir wieder selber wechseln. Ja, da kommt, da, ja, da ist der Humphys, der heiß geliebte Humphys. Vielleicht sehen die ja mich nicht. Ich sehe aber echt. Der Tobi ist wieder da. Fuck. FPS Drops hoch 10. Irgendwas haben die kaputt... Ach, die haben auf den Links kaputt geschossen. Jetzt kommen die wieder. Weil die werden mich wahrscheinlich töten. Stream Sniper des Jahrhunderts. Ich will den Namen wenigstens wissen, wer das ist. Oder sind das keine Stream Sniper? Sondern das einfach nur haben die Pussys. Soll ich noch den Humphys schießen, wenn der wiederkommt? Ja, ich weiß nicht. Nee, lieber nicht. Ich frag mich nur, ob der Stream Sniper ist oder nicht. Sieht stark nach Stream Sniper aus. Weil der eben gezielt zu uns gefahren ist. Ich überleg das, was wir machen. Ich bin gleich da, mit dem Auto. Ja, ich könnte den, äh, Humphys holen, den ich hab. Ich bin auch in 5 Kilometern da. Ich komme aus Richtung Vibor. Okay. Ist der mit M2 oder ohne? Mein Auto ohne. Wir warten. Ja, okay, der wird ja nicht lang gegen den halten. Die schießen einmal drauf, dann explodiert der. Okay, die Zombies sind da vorne weg. Sollen wir einfach mal zur Kirche laufen und gucken, ob wir... Komm, wir laufen mal zur Kirche. Oder willst du laufen und ich versuche, dir Deckung zu geben? Ja, ich würde versuchen, meine Leiche zu lügen. Obwohl, nee, warte, du hast einen Sniper. Das ist schlecht, das ist schlecht. Bleib hier, bleib hier. Der Parry kommt gleich und, ähm, der kann... Der ist gleich da, der Parry macht das. Soll ich drehe da die Base ranfahren, wenn ich mir jetzt sagen? Ich fahr in die Kirche, fahr in die Kirche. Dort liegen zwei Super-Equip-Beleichen. Ja, da bist du. Genau an unserem Auto, an der Kirche, liegt... Oh, da kann ich hier gerade keine Deckung geben. Ich lauf nochmal hoch, um bessere Deckung zu geben. Ja, ich komme gleich hinterher, wenn du da bist. Du hast die Einladung noch nicht angenommen, ne, Parry? Nee. Du meinst, meinst du nicht die gelbe Kirche? Gibt es noch eine? Ja, hier, hier, das ist doch das Auto. Die weiße. Willst du das Auto? Hier, das schwarze Auto, so 20 Meter zu mir. Vom Dings. Links, links, 100 Grad. 190 Grad hinter dir. 180. Echt? Da war der ruhigste Spieler an der Kirche, hier. Okay. Ja, das ist... Survivor, ne Ecke. Ja, da ist noch der Gegner. Oh. Ach so. Das ist der letzte von denen. Kann ich leider... Ich kann leider nicht hin. Ich hab, äh, FPS-Drops. Weiß, an welcher Ecke? Äh, ja. In der hinteren linken, wenn man vorne reingeht. Okay. Tschüss auf mich. Ne, das ist M2-Humby. Bin tot. Komm, jeder M2-Humby. Ist halt so... Ich weiß nicht, steht da wer durchgekillt, ne, ne? Ne. Ich denke, ich hab die Vermutung, dass die Gegner... Also, dass die, die wir getötet haben, gleich respawnen werden. Und dann hinter uns, äh, kommen werden. Und mich wahrscheinlich messern oder sonst was. Deswegen hab ich mal Holy Creep gesagt, er soll hinter uns bisschen aufpassen. Ey, ich sehe Gott, er läuft ganz, ganz nach hinten. Ja. Hast du das Auto nicht gesehen? Doch, aber mein... Mein Leich ist weg. Äh... Am Auto, geh zum Auto hin. Da liegt die Gilly-Leiche. Lol, die, die... Achso. Wo war meine Leiche, mein Tisch? Deine Leiche ist im Auto gewesen. Oh, lol, die liegt da ja wirklich. Ich kann dich nur bedingen... Yo, yo, der kommt, der kommt, der kommt. Wer kommt? Warte, 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 ich hab den gleich. Auch mit FPS-Drops. Der will gleich auf dich schießen. Der hat sich hinter eine Mauer gelegt. Wo genau? Da ist er, da ist er, warte. Ist tot. Nein, der blutet, der blutet, der blutet. Wo ist er denn? Ähm, links neben der Kirche an der Mauer. Müsste jetzt in die Kirche oder so reingelaufen sein. Ein SUV kommt, fährt jetzt vorbei an der Kirche. Oh, ich hab beschossen. Fuck. Der SUV ist durch. Kann ich sehen. Der kommt angelaufen links. Der liegt da. Der liegt neben der Steinmauer. Ja, ja, ich kann den aber dann... Ja, ich bin unconscious. Der wird vom Zombie geschlagen. Ja, aber der hat mich. Wenn du ihn nicht tötst, bin ich tot. Nee, ich kann, wie gesagt, ich kann den nicht. Fünf Sekunden noch. Versuch, dich eigentlich wegzudrehen. Ah, der schießt wieder auf mich. Ich kann nix machen. Weil er blutet. Ich blute auch. Ich renne weg. Versuch mal zu schießen. Jetzt hab ich ihn, glaub ich, oder? Ja, ich hab den, ich hab den, ich hab den. Verbinde dich, verbinde dich. Oh, ich muss schnell da rein. Du kannst dich auch ins Auto setzen, da drin verbinden. Ich hab leider keinen Bloodpack. Ich hab den Bloodpack grad aufgesammelt. Okay. Nein, ich bin unconscious. Wo, wo, wo? Mit zwei Zonen zu ohne. Ah, ich hab mich bandagiert, ich hab's noch geschafft, ich hab's noch geschafft. Im Auto? Nein, nein, ich lieg in so einer kleinen Scheune extra. Okay. Dann gibt dir sicherheitshalber erstmal das Bloodpack und dann sind wir dir immer nicht zu. Wir haben jetzt die ganze Base auseinandergenommen, vier Leute getötet. Ich hab glaub ich ein Auto. Ich hab jetzt Hälfte Blood, ne mehr. Soll ich los rein und die Loot, äh, die Dings looten, oder? Hast du den Bloodpack gegeben? Ja, ich hab Hälfte Blood jetzt wieder. Okay, okay, dann loot, dann loot erstmal dein, äh, großes Backpack und dann nimm die ganzen Wurfen mit. Der hat nen Key dabei, der mit dem Ghillie. Ja, nimm den Key mit einfach. Der in Base ist halt, ne, die haben die 100% zugemacht, die Base. Ich lauf jetzt zu diesem, der auf dem Feld liegt, ne? Versuch mich zu decken. Genau. Den Ghillie hat das auch gelootet? Ja, hab ich, von dem hab ich die Waffe, weil meine hab ich wieder gefunden. Soll ich Rangefinder und so alles mitnehmen? Was doppelt da ist? Äh, nur Rangefinder, alles andere ist egal. Unser Auto fährt nicht mehr, der hat zwei Platten, die ich jetzt nicht gesehen habe. Ja, als ich da vorbeigefahren bin, hat er mir voller Kanal reingebückt. Jemand ist eingestiegen ins Auto? Welches? Weiß ich nicht, ich hab grad von, von deiner Richtung, ja. Ah, das könnte Holy sein, ja. Ja, Holy ist das, Holy ist das. Ist echt ein Sound so laut an? Ich? Oder wer? Ja, ja. Ja, hab ich. Also ich hab die, zur Hälfte höchstens. Sehr laut hab ich die nicht. Warte, jetzt in die Base rein, hast du gesagt? Ja. Hast du Sicht auf mich, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Ich steig grad ins Auto, die kommt zu dir. SUV kommt. SUV kommt, Achtung. Mit Gang, oder ohne? Mit Gang, oder ohne? Ich hab mich fast überfahren, ohne. Wo ist der langgefahren? Der steht hier. Kaputt. Okay, hast du ihn getötet? Tot, ja, tot. Nice, nice, nice. Der ist voll kannig gegen den Baum gefahren, als er versucht hat, mich zu überfahren. Ich guck in, ähm, hier ist zu. Der zweite. Steck ein, Holy. Zweite Tor ist zu. Hier ist nichts mehr, in der Base. Okay, okay. Hier liegen mehrere Leichen. Ich komm mit dem Auto zu dir. Fuck, ich hab keinen Platz mehr, hier liegt so viel noch. Hier liegt eine DMR und alles Mögliche. Ja, ich komm eben zu dir. Das ist nur meine DM, ja. Die anderen Waffen hast du alle gelootet, wa? Äh, von uns ja, aber meine eigene Leiche hab ich noch nicht gelootet. Die hab ich noch liegen lassen im Auto. Okay, dann mach schnell. Hier vorne noch, hier neben dem Tor liegt eins. Dann, dann gehen wir eben, äh, das Auto looten. Ne, pack alles ins Auto, dass du wieder Platz hast. Okay. Jetzt sagt nicht, er kommt die Zombie, weil ich kann nicht gegen Zombies. Ich, ich, äh, loote eben hier, Dings, die, gelieblerchen. Das ist ja nicht das Spiel, weil ich kann gleich mal versuchen, den PC neu zu starten. Ich weiß nicht, was da los ist. Ey, hier ist noch einer. Ey, hier hat einen Key. Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Wer schießt? Ich hab geschossen. Ich hab auf ihn geschossen. Der steht beim SUV. Okay. Der schießt mit einer Silence. Ich hab ihn. Tot. Hat auch ein Lunge-Gun weg. Ja klar, jetzt bricht der mir eiskalt die Beine. Schaffst du den? Ich bringe mir hier in der Zeit die ganzen Sachen. Fuck, ich hab kein Muni mehr. Ich bin an der Lunge schießt. Ich bin direkt neben dem Essen. Siehst du mich? Ja, ich hab den. Ich kann ja den Zombie nicht töten. Boah, jetzt ist er umgefallen. Alter kommt noch einer angelaufen. Ein bisschen im Magazin hast du mitgenommen, ne? Ja, hab ich. Ich kann ihn. Ja, ich lenk zumindest die Zombies ab. Steig einfach in das Auto. Ich steig in das Auto. Kann ich nicht, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann nicht laufen. Ich hab gebrochene Beine. Dann gib dir. Gib dir eben ein Dings. Zombie jagt mich. Zwei. Zombie sind tot. Dann hab ich. Ich, ich geb mir schnell ein Blatt. Äh, pass auf, da kommt ein auf euch zu. Wo? Hier ein Zombie, meine ich. Hinter dir. Aber der macht jetzt Holy Creep. Boah, das war knapp. Ich bin fast gestorben, ey. Der hat auch eine Large Gun Back. Und ein Plot Paul, soll ich das mitnehmen? Ja, ja. Du musst jetzt mal herkommen, ich bin wieder voll. Hier gibt es noch so viel. Zwei Large Gun Backs noch dazu. Holy Creep, steig ein. Hab schnell ins Auto gefahren. Das sind Survivor, Survivor. An der Kirche Survivor. Ist er nicht vielleicht Parry? Cache eingangs als Survivor. Parry sehenbar. Ja, ich bin ja gut. Weil sich nerd, ohne was anzusagen. Heiß sehen, sofort. Hat er aber, glaube ich, keine Waffen. Doch, eine Pistole. Okay, das sind keine Waffen. Ja, klar, dann ein Conscious nämlich. Wie geht das denn? Hilf mal, ganz schnell Quisics, bitte. Ich hab den, glaube ich. Ja, ja, du hast den, aber du stirbst. Das ist zu laggy, ne? Das ist zum Kotzen. Ja, Zombies töten mich gerade, glaube ich. Ja, was für ein scheiß Zombie. Links, links, links. Wieder ein Conscious, verdammte Scheiße. Ein Kilometer noch für mich, auch da. Wir müssen unbedingt weg, ey. Wir haben sich so viele Sachen schon aufgesammelt und ich guck, da gibt's nix mehr. Ja, du musst einfach nur einsteigen. Ja. Hattest du die Munition, MSR Munition, noch mitgenommen? Ja, ich hab die, glaube ich, im Rucksack. Kann ich aber nicht gerade nicht gucken. Ja, steck einen hier einfach. Ja, dir geben wir gerade ein Blatt weg. Danke dir. Komm, steig, steig ein. Ich hab Angst vor dem, äh, scheiß M2, haben die. Ich auch. Ähm, so, jetzt guck ich. Ja, ich hab die MSR Munition. Okay. Ich brauch aber dem Air Magazine. Ja, hab ich dabei alles. Ich fahr erstmal, äh, weg hier. Mein Rucksack ist bis oben hin voll. Die haben wir auf jeden Fall mega vernichtet. Und das trotzdem desinkt das Jahrhundert. Die hat michệuladen. Ja, ich compatible dir. Ja, ich bin alles. Ich bin immer zurück. Ja, ich bin alles. Ich bin alles. Ich bin alles.